ja gut und bekommen zu platz wollen zurück so gut ich habe ein bisschen mit einem kumpel gestern gespielt und ja wenn wir sind weiter gekommen also heute werden wir wieder erreichen ich hoffe das hört man nicht so ich muss kurz das ding länger machen so damit ihr mich hört und nicht die ganze zeit nur audio vom fernseher und wir werden heute das top machen und das wird heute lustig ja ich glaube ich habe schon so lange so ein bisschen hier gespielt bin oft gestorben ist dann auch noch so dass ich weiß wo halbwegs alle gegner sind bemundet auch tot gut oha alter ich hätte die aber komplett vergessen ja total geil weiß er sagt so so ne scheiße wie gut dass man von jedem gegner so eine blute ist dass man ja damals sagt er im tode kam kein stückchen weiter hauptsache die kugel trifft ihn nicht mal was ist das jetzt so much swag er braucht keine bank zum sitzen krass gut ich glaube dafür müssen wir uns aber auch noch ein bisschen da so zu erreichen was ich möchte und wir haben auch neuen kugeln ich sollte mir das mit dem post wurde sparen ja definitiv was war das wer bist du warum weißt du sonder der normalen menschen ne aber der ist tot was denn was ich nicht in die ruf das wer bist du ja meine güte jedes verkackte mal wie dieser kleine pistola und greift mich an so ne scheiße meine füße ah wo kommst du denn hier wo kommen die denn hier noch einer oha oha weg 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 wo geht sie lang wo geht sie lang weg 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 nein 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 ich darf nicht sterben boah krass der einzige denn das so überlebt hat so ein trick so auch blutweh holen wir sollten bisschen vorsichtiger reingehen und nicht so rushen wie so behinderte jetzt werde ich mal schlau das heißt warte mal kiesel komm ja du sack und du bist tot natürlich könnten wir jetzt ja komm der mit dem schild bewegt sich nicht viel oha oha wo hast du denn hoch und weißt du hast probel probel weißt du was man das machen nicht anders wo steht habe ich noch getötet und dann dann jetzt auch das ist schön mittlerweile kann ich mir auch wieder die von rüstung holen ich frage sollten wir das ja die andere frage oder die bessere frage wäre wann sollten wir das machen Ach komm, normalerweise ziehe ich es immer daneben, wenn ich das mache. So eine Scheiße. Hallo, bonjour. Nichts da, Mann. Ach komm schon. Danke. Boah, ich werde die Blutviolen brauchen. Haben wir überhaupt keine Molotovs mehr? Du Scheiße, wir haben keinen Molotovs. Ja gut, dann können wir den jetzt nicht machen, schnell. Und überhaupt. Ja, komm, Shortcut. Machen wir den Shortcut. Offen. Halt die nochmal runter und dann... Das Problem ist, dass diese Hunde... Ich hasse die Hunde. Weiß. Haha, ich wusste es. Wer den eben nicht raus? Das heißt, wir können den jetzt schnell... Türen. Die anderen Hunde kommen jetzt. Wo ist der andere Köter? Hier ist doch ein anderer Köter. Wo ist der? Sind alle da drin? Ja, okay. Okay, okay. Auf jeden Fall, die Stadt... Die gefällt mir. Also, ich finde die besser als die Stadt in Dark Souls. Wenn man jetzt Gruberlack vergleicht. Das ist... Richtig scheiße hier. Weil wegen den großen Monstern. Beziehungsweise die Typen. Aber sonst geht's. Wenn man erstmal reinkommt. Das ist alles. Wir haben sie noch einen. Das geilste in dem Spiel ist hier eh die Oma. Pass mal auf. Hier die. Richtig geil, die Oma. Egal. Mein Werk in dem scheiß Rollstuhl. Und ballert alle anderen Leute ab. Gut. Als die Jagd begann. Hat uns die Heilandekirche verlassen. Und die große Brücke in den... Kathedralenbezirk blockiert. Da in dieser... Mondhellen Nacht Altjana abbrannte. Gut. Weißt du Bescheid. Das ist nur so Storyfuck-Manager, oder was? Oder wie? Oder weißt du da wo? Oder was? Wo, 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 wie, das? Keine Ahnung. Aber. Aber. Wo war der Typ hier? Ach da. Och. Alter. Ich weich doch aus. Danke. Sorry. So, jetzt sind wir hier. Gut. Erstmal zurück. Weil wegen Sachen shoppen. Ich weiß, es kann langweilig sein. Weil wegen nicht blind, aber... wir wollen ja durchkommen, ne? So, und von dem rechts kaufe ich mir jetzt Molotovs. Schön. Reise sollten aber auch reichen, glaube ich. So, jetzt haben wir die volle Rüstung an Zipi. Und ab wieder. Frage ich mich gerade, hat die Stadt wirklich nur zwei Laternen? Oder viel mehr? Gut. Äh, daher. Oder? Ja, daher. Wir müssen wieder den ganzen Weg hier, um diesen fetten Typen da tot zu machen. Der hat echt scheiße. Aber was gemacht werden muss, das muss nicht mehr werden. Oder möchte ich nur mehr zu sein. Einfach. Theoretisch? Scheiße, egal. Weißt du Bescheid. Wie in Dark Souls ist der Schmied. Hier kannst du selber deine Waffen machen. Also da werde ich keine Probleme mit haben. Also nicht mehr. Hallo. Tja, da ist jemand gestorben. Scheiße, ne? Komm her, komm her. Boah, 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 boah. So, jetzt du. Komm her. Komm her jetzt. Ja, euch. Oha, oha, schnell weg. Wenn man mal keine Ausdauer hat, das ist ärgerlich. So. Sauber. Sauber. Äh, her. Boah, da stehen wieder so mega viele. Kann man sich nicht einfach wegschleichen? Nein, warum herf ich Monotops? Nein. Das wollte ich gar nicht. So ein Scheiß-Trick. Jetzt muss ich die so anlocken, oder was? Boah, jetzt drehen sich alle hier zu und kommen, oder was? Ach so Scheiße. Ich dachte schon. Also einfach umgehen, klappt auch nicht. Okay, gut. Komm mal, halt dich, Mann. Ich probiere jetzt mal, die Tür zu killen. Das ist besser. Ist das beides absolut gleich da? Ja, ich weiß nicht. Ja, Alter. Ich war doch gerade in der Ausweichrolle. Oder so. Ja. Komm her. Komm mal, lady, komm, komm, mal lady. Nice. Stunde 19. Cool. Ähm, ja. Oh Scheiße, ich reiche hier nicht mal. Yo, 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 yo. Oh, er schießt durch Feuer. Nice. All die Ausweichwollen. All die Ausweichwollen. Ach, meine Fresse. Hm, weg hier. Hm, weg hier. Rein, rein. Gib mir mal Molotovs. Ich brauch Molotovs. Das ist noch ein Typi. Dich mach ich zuerst. Kann ich das Ding aufmachen? Weiß ich nicht. Oh, Köter. 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 Da oben sind wohl keine mehr. Dann tötte ich jetzt den oben. So. Kumpel. Äh. Schön. Ich will sogar Tugel. Kann ich das Ding aufmachen? Ich will das Ding aufmachen. Ja, ich weiß, dass da jemand hinter ist. Und ich weiß auch, wer das ist. Aber ich will das Ding aufmachen. Oder geht das nur mit? Oh, armes Pferd. Ähm. Ja. Müssen wir wohl. Müssen wir wohl runtergehen. Hier ist doch niemand, oder? Außer uns. Komm her, Baby. Come on, come on. Oh, du bist tot. Und ich hoffe, der respawnt mich. Ganz ehrlich. Weil das wäre scheiße. Wenn der respawnen würde. Ich war hier unten noch nicht. Weil das ist ein Fischel. Boah. Schimmer. Schimmer daneben. Oh, ohne. Oh, ohne. Oh, ohne. Nicht Gune. Glaub ich. Gut. Was gibt es hier noch? Nichts? Dies ist aber sehr enttäuschend. Und dann gibt es aber nichts. Ähm. Gibt es hier oben etwas? Ja, da am Tor. Da gab es ja die... Wo ist der Typ hin? Hier stand ein Typ. Oh, ich habe halt keine Ahnung. Ja, okay. Dann müssen wir da wohl irgendwie hin, um den Schauplatte in Anführungsstrichen zu öffnen. Komm her, doggy. Komm her, doggy. Chill 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 chill. Ja bei Krap. Der Dürsenschein geht. Scheiße. Scheiße 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 scheiße. Scheiße 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 scheiße. Wo ist der Köter? Scheiße. hat gut geklappt meiner meinung nach so was macht man nicht ruhig in die fresse geballert das ist kacke ich habe keine ahnung wohin und ich glaube da hoch ist nicht der glücklichste weg also ist nicht der weg zur glücklichkeit warte mal wo ist denn die kirche ok 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 so und jetzt der kacke ist halt die karren versperrt alles irgendwie muss man ja da hoch hier ist ein item blutschein scherbe ja wir machen wir das sind dann da runter und dann irgendwo daher oder kann man so das bricht nicht immer nicht alles klar geht ab geht's weil mit den güttern werde ich mich garantiert nicht anliegen wir machen mich kaputt so in stadt ja jetzt so wie hier ok ok ich glaube das schönste wer jetzt so ein shortcut wo wo ich ne laterne krieg das wär schön wo sind wir denn was sind wir denn für typen oh bitte hab nicht viel leben scheiße na gut jetzt muss ich mir runter boah ich hoffe da ist irgendwo ne lampe wenn wir nicht die schlage und die so mega stark sind dann bin ich im arsch weil ganz ehrlich jetzt runtergefallen ich glaube nicht dass es da irgendwie ein weg gibt hoch also nicht so leicht kann man nur anlegen hier gibt's aber ne leiter hoch boah ich renn da schnell hin weil da ist ne leiter und wenn das die leiter zum glück ist dann bin ich glücklich auch da muss man gar nicht unterspringen oder was ok ja sowohl jetzt die leiter hat überhaupt nichts gebracht obwohl doch ja super ich kann jetzt wieder hier hoch wunderschön wunderschön es war schöner gewesen hätte ich irgendwo so ein eingang das wäre schön ist andere typ hier wieder hoch oh der andere ist wieder hoch oh wo war er doch ich glaube der hat leben der hat genug leben das war der typ das war der typ das war der typ das ist ein dünner typ wie ein weiser mann hoffentlich mal sagte jolo das war dumm die viecher sind mega stark ja scheiße wo bitte die hier wenn der Typ hier kommt dann ist der tot und ich will das Ding haben wir müssen wahrscheinlich auch runter aber ich will nicht gegen die ratten kämpfen ohne lagefeuer also laterne ich will meine 1800 seelen da nicht lassen also gehen wir zurück und er hat sogar noch was dabei wer mein gegner außer gefecht gesetzt ich hoffe das war einer der starken wenn die viecher stark sind dann habe ich ein problem sollten wir mal in der hoffnung gehen dass da ein bonfire sind ja man erwartet sogar so ein typ scheiße da unten sind fette ratten ja könnten zu einem problem werden obwohl man alles kenne ich die vielleicht sogar diesen fett diesen fett die ratten natürlich eine tote ratte wenn wir es ansehen was ich überhören ich weiß ich habe es gesehen wird mal kommen wir ja baby und schweiße johr war eine range wo ich aus nimmt 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 ich bin getötet so wie getötet die sind viel zu strong für mich so gehe ich ein dafür sehe ich jetzt sexy aus da kommt man bestimmt hoch aber die frage ist wie komme ich da hoch ich habe keinen bock wenn das so ist dass sie wirklich aufstehen alle und dann mich töten wollen ich könnte ja probieren darauf zu gehen zu landen und ich dennoch und ich dennoch ich dennoch die leute wo die können griechen was ein segen Und so fette Vögel. Krasse Scheiße. Wenigstens sind wir jetzt an der Kirche. Noch mehr. Wenigstens ist Gegner, die DOS sind. Also 2. Uh! So, der ist rot. Wissen ist zurück. Danke. Das bringt mir so viel. Ich hab keine Ahnung was es mir bringt. Wartenrecht, ich kann ja mal lesen. Nein, das ist nicht gut. Was haben wir denn hier wissen? Äh. Stillern bringt Einsicht. Kontakt mit der unheimlichen Weisheit. Ist ein Segen. Denn selbst, wenn man verrückt wird, dient man noch... ... wenn man in Höheresinn der Nachwelt... ... dient Nachsicht. Nee, danke. Nö nö nö... Äh! Scheiße! Ich hätte wohl doch saufen sollen! Scheiße! Ähm! Ja jetzt... Jetzt stecke ich hier in der Klemme. Aber so richtig fett. Weil... Warte ist dann... Können wir uns vielleicht an den vorbeischleichen? Weil wenn da so ein gewisseter Spaß hier ist, dann hab ich richtig die Arschkarte gezogen. Obwohl da leuchtet's. Schleichen wir uns vorbei. Da ist ne Leiter. Aber ich möchte lieber hier rein. Weil nicht nie leuchtet's. Scheiße. Oh, der Typ hat eine fette Keule. Oh, so wie es aussieht. Kämpft ja mit Schmähringen. Oh, es hat geklappt. Oh, es hat geklappt. Oh, nice. Oh, hier sind wir hier. Haha, ich hab doch gesagt, ich schaffe es. Ja, komm. Komm, mach es. Tu es! Fuck yeah. Puh. Ähm, ja, ne? Schnell zurück, Locke. Ok, warte, wir müssen so zurück. Wir müssen so zurück. ja gut da dürfen wir hier wieder alles abschnetzeln hatte scheiße so lange ich zurück hier sage ich mal danke fürs zuschauen vergesst nicht zu kommentieren ob wir wirklich eine halbe stunde haben halbe stundenpart haben wollte wie jetzt oder 20 minuten oder so ja ich würde sagen ich bin wolf und wir sehen uns beim nächsten mal adios amigops